Also ich frage mich schon lange, warum Steve sich damals für einen Apfel entschieden hat. Was hättest du denn genommen? Eine Trusche. Also wir sagen in der Familie ja immer, ein Apple-Produkt a day keeps the doctor away. Und für eine Apple-Aktie a day kann man sich den besten Doktor der Welt leisten. Also wir haben jetzt gerade auf der Aktionärsversammlung besprochen, dass wir die Preise der Produkte noch ein bisschen erhöhen, so dass die Geringverdiener nicht so das Image der Marke beschmutzen. Also ich finde ja, Steve Jobs hat den Geschmack. Das ganze Gebäude ist ein riesiger Ring, sie zu knechten und auf ewig ans Subscription-Model zu binden.